Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu Europas größten Import Festival, dem Reisbrenn 2022 hier am Lausitzring. Überall wo man hinschaut, ringsrum nur geile Kahn. Das ist so heftig hier. Ich bin heute allerdings nicht nur da, um das Festival zu genießen, sondern ich nehme euch noch mit auf die Rennstrecke. Ich habe zwei Slots, 30 Minuten fürs freie Fahren gebucht und heute Abend noch ein Viertelmeilerennen. Was cool ist, das kann halt jeder hier machen. Es gibt nur eine Voraussetzung, man muss deinen eigenen Wagen mitbringen. Hier ist er mir jetzt klimmt, schon zwei an meinem Arsch. Mal gucken, komm, die Optimität. Wuuuuh! Nice! Jetzt noch mal was rausholen. Oh ja! Geil! Alter, das Willi ist so Wahnsinn! 180, 200, 220. Was für ein Feeling, ey! Brechend voll die Rennstrecke. Abartig geil! Das hat so Spaß gemacht. Wir sind richtig ins Schwitzen gekommen. Ohohohoh! Da ist der Start, hier rechts gleich. Und guckt euch mal die Schlange an. Die geht bis dahinten hin. Dahinten. Und das sind bestimmt ca. 100 Teilnehmer. Da ist meiner, der blaue. Und hier sind schon richtig dicke Viecher dabei. Da hinten der Skyline, der hat auch ein paar hundert PS. Hier die Supra auch ein paar hundert. Und ich hoffe einfach mal, dass die alle sich verschalten, dass sie unter die Top 30 kommen. So, jetzt geht's langsam los, Leute. Den Fahrer, gegen den ich jetzt fahren muss, der fährt einen Toyota GT. Ungefähr 200 PS. Mal gucken, ob ich das schaffe. Okay, es geht vor an die Ampel. Ich bin nervös. Yes! 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 Oh my god! Was soll ich gefühlen? Wahnsinn! Was soll ich in.